Auch in Animal Crossing fliegen mal die Fetzen bei dem wundertollen Projekt Glückskicks schätzen. Das heißt, es gibt hier in Animal Crossing Pocket Camp Glückskekse drei Standards, einmal die Klamotten Glückskeks, einmal den Nepp Glückskeks und einmal den Schlepp Glückskeks und ich möchte pro Folge je 10 öffnen. Was die drei gemeinsam haben, ist, dass sie zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eben bestimmte, dass sie zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmte Items drin haben und diese werden anhand von Sternen angezeigt. Wenn ich jetzt mal einen Schlepp Glückskeks öffne, zum Beispiel, um es einfach euch mal zu demonstrieren, wie das ausschaut, dann läutet das Telefon unten. Ich mach mal kurz weiter, das Telefon kann jetzt mal warten. Gut, ähm, dieser Spruch, den will ich mal vorlesen, warum nicht? Du wirst morgen mit deinem tollen Gefühl erwachen. Und nun haben wir hier eine Pylone mit zwei Sternen. Zwei Sternen sind die häufigsten Gegenstände. Die haben die wenigsten, also, oh, scheiß Telefon, leck mich am Arsch. Also, dieses Streifenhütchen zum Beispiel hat jetzt zwei Sterne und ich bin hässlich. Daneben gibt's auch Artikel, also Gegenstände mit drei und mit vier Sternen. Die mit den vier Sternen sind die seltensten. Und ich möchte euch, von euch wissen quasi, wie viele verschiedene vier Sterne Items in den Keksen drin sind. Es ist kompletter Zufall, also, so ein bisschen wie Bingo-Lotto, kompletter Zufall. Und es, ich werde von jedem der drei in der Folge 10 ziehen, also insgesamt 30. Und ihr sollt in die Kommentare schreiben, wie viele pro Keks eben vier Sterne Artikel sind. Und zwar schreibt dann am besten K und dann eine Zahl von 1 bis 10 rein, zum Beispiel K1. Wenn ihr sagt, okay, einer von den 10, die du ziehst, ist ein Vier-Sterne-Artikel. Und dann bei dem Nepp-Keks einfach N, keine Ahnung, N3. Wenn ihr sagt, okay, 3, es sind locker drei, also drei Vier-Sterne-Artikel da drinnen in zehn Keksen. Oder, also, und, also schreibt am besten alles 3 rein. Und die S, also bei Schlepp, schreibt dann S5 zum Beispiel rein. Wenn ihr sagt, okay, in den zehn Schlepp-Keksen, die du ziehst, sind fünfmal, ist fünfmal ein Artikel vier Sterne wert. Und das seht ihr dann auch. Und das möchte ich dann quasi in der Excel-Tabelle hier festhalten, wie, ob, welche, wie viele Sterne das sind. Und, genau. Ich zähle dann nur die, die eben vier Sterne haben. Und wer von euch dann eins richtig hat, kriegt auf jeden Fall mal fünf Punkte. Wenn man zwei richtig hat, kriegt man 15 Punkte. Und wenn man alle drei richtig hat, kriegt man 30 Punkte. Und am Ende werden wir dann schauen, wer die meisten Punkte hat. Und, ja, ich hoffe, die Idee ist ganz klar. Und ich erkläre es jetzt noch einmal kurz, nochmal, damit jeder verstanden hat. Aber, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Und ich erkläre es noch einmal. So, das Projekt nochmal für alle, die es noch nicht ganz durchgestiegen sind, was vollkommen okay ist, weil ich selber erstes mir überlegt habe alles. Es gibt hier drei verschiedene Kekse. Einmal Klamotten-Klückskekse, Nepp-Klückskekse und Schlepp-Klückskekse. Und ich ziehe von jedem der drei zehn. Also von dem hier zehn, von dem hier zehn und von dem hier zehn. Und jeder Artikel hat entweder zwei Sterne, drei Sterne oder vier Sterne. Zwei Sterne gibt es am häufigsten, drei mittelhäufig und vier Sterne gibt es sehr selten. Und ihr schreibt mir in die Kommentare von diesem Video jetzt für die nächste Folge quasi, wenn ich zehn von dem Klamotten-Klückskekse ziehe, wie viel denkt ihr, sind da von diesen seltenen Vier-Sterne-Artikeln drinnen? Wenn ihr sagt, okay, da ist keiner drin, dann schreibt ihr K0 in die Kommentare wegen Klamotten und K und 0, weil ihr denkt, da ist kein Keks drin. Sonst könnt ihr auch K12345678910 reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr denkt, okay, du hast einen Run, alle zehn sind Vier-Sterne-Artikel. Dann genau dasselbe bei dem Nepp-Klückskekse, nur da schreibt ihr nicht K mit einer Zahl rein, sondern N wegen Nepp. Also N012345678910, eins von denen. Und beim Schlepp-Klückskekse ist quasi mit S, also S012345678910. Wenn ihr eins richtig habt, also eine Anzahl richtig habt, kriegt ihr fünf Punkte, wenn ihr zwei richtig habt, kriegt ihr 15 Punkte und wenn ihr alle drei richtig habt, kriegt ihr 30 Punkte. Und das rechnen wir dann alle zusammen, pro Runde und dann lese ich das noch auf und so weiter. Und genau, das wird, glaube ich, ziemlich spannend, denke ich. Und ja, viel Spaß mit diesem Projekt. Die erste Folge wird demnächst kommen, würde ich sagen. Darf es anschauen und viel Spaß mit Glückskicks, Schätzen. Ciao, herzlich willkommen. Ciao, herzlich willkommen.